9. Spieltag, Sonntag 19.9.2021, 14 Uhr, Ferl gegen SRFC Kaiserslautern 0-2, Ferl Startelf, Niklas, TLD, Kasim, Rebik, Ulfherr, Schmid, Tom, Park, Lasse, Jorgensen, Lasse, Jorgensen, Lukas, Bet, Haus, Kof, Mel, Guts, Borch, Niko, Olcharski, Stefan, 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 Schäfer, Finkto, Sabina, Christoph, Herr, Lannert, Es wäre Bank von Ferl Luca, Sowohlwagin, Paco, Paschal, Stevener, Maximilian, Franke, Matthias, Skorik, Julian, Schweinmann, Ergmann, Manuel, Rich, Hef, Schäfer, Eil, Izboa, Winn, Robin, Grüßke, Lerandro, Butrato, Startelf von SFC Kaiserslautern, Matteo, Rab, Marlonaketer, Alexander, Winner, Boris, Tomiak, Niklas, Sasa, Maike, Wunderlich, Kevin Kraus, Daniel, Wille, Handlik, Genie, René, Klinsberg, Philipp, Geschirch, Henrik, Zug, Reservere Bank von SFC Kaiserslautern, Simon, Steele, Dominik, Schad, Julian, Neuhaus, Afto, Spike, Mohamed, Gibb, Mike, Marius, Klinsurchi, Neal, Gibb, Es wäre eine Uhrzeit 22 Uhr 49.